Hallo und willkommen zurück hier bei Uncharted 4 Dann wollen wir mal gucken Wir scheinen ja anscheinend eine Frau zu haben Eine Freundin Und ich dachte wir haben ein Single Leben Aber ein schönes Haus Der ultimative Reiseführer für Bangkok Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer Hotels, Hostels, Bars, Nachtleben Egal ob sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist Dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Touristenrummels Besuchen Sie den großen Palast und den Lakmüang-Schrein auf der historischen Ratan-Noxin-Insel Entdecken und probieren Sie die Waren des Chatukchak-Markts und finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen Bangkok Reiseführer Na dann Eine kleine Kamera Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen Zu lange her Wow, nur drei Bilder oder so waren es, ne? So, ich habe gehört, vor dem Essen Händewaschen, aber irgendwie funktioniert das nicht So Da geht es runter Hier sieht es wieder aus wie Sau Das kann ja wohl nicht wahr sein Schön, dass wir auch eine Spiegelung im Spiegel haben Dass wir uns halt auch mal selber sehen können Das ist nicht immer wieder zu machen So 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, ich habe Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, über den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Immerhin durftest du schwimmen. War dein interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Blaster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. So was halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja. Zuerst war es nur so eine brave Story. Über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwetter nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schmack in die Lunge will, sobald man aus dem Flieger steigt. Na, jetzt überlegen wir wohl doch, dass wir nach Malaysia gehen. Ja. Ja. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespeckt. Was? Hm. Es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Hm. Der hier? Mhm. Die Bewohner von, von Bangkok und der Smog und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und nicht atmen können. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jetik. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jetik. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jetik. Wirklich? Ja, ja. Ich meine, ich bin jetzt mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Okay, wenn es nur die Genehmigung sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gekriegt? Elena. Zwei Jahre? Können wir bitte das Thema wissen? Oh, Elena. Ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht anziehst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, 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 dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Er rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Was sagst du, feiges Hut? Bist du dabei? Oh mein Gott. Was ist das für ein tolles Easter Egg? Was ist das für ein tolles Easter Egg? Was ist das für ein tolles Easter Egg? Gibt es ein Problem? Nein, nein, nein. Wie kriegt man es zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Und die Kreistaste ist umdrehen. Und umdrehen. Ja, und mit X springst du. Hey, wo ist X? Wie cool. Und ich laufe von dem Felsblock weg. Darum verfolgt mich der Felsblock. Lauf mit dem Kack davor weg. Ich hab dem Felsblock nicht zu tragen. Und bin ich weh. Oh nein. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, was ist denn nun los? Oh. Oh. Das war's? Silber schuld. Ah. Was halt? Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf umreiten? Es gibt auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter an Einfachmodus. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Was willst du tun? Wie findest du das? Dann wollen wir mal die beiden nicht länger stören. noch nicht geöffnet? geschlossen okay ich kann ja schon ich komme ja schon ja kann ich helfen ja ich nur um einen kleinen bruder etwa ihre größe etwas schlanker etwas weniger graue schläfen schön dich zu sehen das herr okay okay langsam langsam ich dachte du wurdest getroffen ja das stimmt genau hier die ärzte ärzte die haben mich zusammen gepflegt und zack war ich zurück in der zelle ja aber ich habe rumtelefoniert alles überprüft und es gab überall dieselbe antwort du seist tot nathan wir haben den werter getötet ich sollte für den rest meines lebens in der zelle verrotten und das wäre ich fast ich hätte ich das gewusst bei gott ich wäre gekommen ich weiß nicht ich was jetzt zählt ist dass ich draußen bin hey hey alles klar bei dir ich muss an die luft du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig oder es ist ganz schön viel für mich man wie wie bist du da rausgekommen wann bist du raus wie kommst du hierher zu mir langsam setz dich erzähl mir von dir von mir ja was soll ich da erzählen ich habe alte bekannte angerufen die erzählen ziemlich wilde geschichten was für wilde geschichten ein bauchschuss du hängst an einem entgleisten zug im himalaya ja das das ist echt passiert komm schon man was habe ich verpasst mensch sam wo soll ich da nur anfangen mit dem besten teil ok ja erinnerst du dich an mein schönes astrolabium das von sir francis drake das ist das diese wie sie noch gestohlen hat in katagina malo malo ja ich hab's aufgespürt und dann musste ich nur noch meinen tod vortäuschen klingt nicht so schwer ja was soll ich sagen noch eine verschollene stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen gerade so unglaublich ja das war's schade dass du nicht da warst nein es ist wirklich unglaublich du du stolperst schon wieder über eine archäologische goldgrube und schaffst es am ende mit leeren händen dazustehen wie immer tja das ist wohl mein schicksal aber ich hab schon hier und da ein paar schöne sachen gefunden hat fürs auto gereicht das haus den verlobungsring den ich bin verheiratet unglaublich elena aus den geschichten sie ist meine frau du musst sie kennenlernen heute abend denn bei mir du kommst zum essen dann erzähle ich hier von dir ich stecke in schwierigkeiten wovon redest du was ist denn los sagt dir der name hector alcazar irgendwas ja dieser drogenbaron der schlechter von panama oder wieso ne lustige geschichte aber im letzten jahr war mein zellen genosse so bin ich aus dem knast gekommen das ist einfach inzwischen sequenzen besser Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für Ungut. Wir haben Ehrgeiz. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Sehr. Dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kaum nicht. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Okay. Das kommt überraschend. Samuel, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ich bin auch bereit. Genau, los geht's. Ich weiß gar nicht, ob das das Los geht's heißt, aber... Ach du Scheiße. Hektor Al-Kazan. Kapitel 5. Oder 5. Episode, ich hab keine Ahnung. Hast du das schon geplant, seit ich hier reingekommen bin. Stanley, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Guten Tag. Gute Nacht. Das kommt. Ich weiß noch nicht. Okay, das mit dem Ziel müssen wir. Das ist verrückt! Wir müssen uns unsere drei ADS vergeben. Okay. Schick an uns, Mann! Okay. Okay. Siehst du, der Plan funktioniert. Das sehe ich. Und was jetzt? Ich bin in Deckung. Gott. Die Samiare, die gehen. Da Leeuwen, Bruder. Bruder, bier. Bier. Bein' da, Bruder! Ja, Bruder! Das war's für heute. Was ist das? ok munition haben wir voll schon wieder ja 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 Mal nisso. Ahhhh. Mist, verdammt. Was ist denn da? Verrückt... heile go-bim-bam gott die müll mit ihrem sprengstoff man kann es auch übertreiben ja wunderbar das hat ja super geklappt aber hier trink oh nein mir geht es gut sogar besser als gut hier du bist dehydriert los zuerst einmal baden und in einem richtigen bettschlaf vielleicht leistet mir da auch jemand gesellschaft mein bruder finden für den anfang ganz gut ja das stimmt also was glaubst du wie lange brauchst du zu finden wie lange schwer zu sagen bevor ich anfangen du weißt auch wo er ist ok aber es ist nicht so als hätte er eine karte mit einem roten kreuz hinterlassen ok aber es ist das gibt einwärtige Hinweise hey 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 ganz ruhig ich mag dich sein noch wichtiger ich hab dir geklaut darum bist du hier ich kann ihn finden okay ich brauch bloß Zeit sagen wir uns gut hier weißt du das problem ist so langsam bekomme ich wirklich zweifel oh gott hector hör mir zu ich werde ihn finden ich schwöre wie lang sechs monate leute sind faul sie bitten mich immer mehr als sie eigentlich brauchen drei monate drei monate drei monate die hälfte des schatzes schaffst du das sag es drei monate und die hälfte also wenn du weg warst oder versuchst den schatz zu verstecken oder etwas ganz dummes tust wie zur polizei zu gehen erfahre ich es wenn du es am wenigsten erwartest werde ich da sein und dann ist der Tod eine Gnade die du nicht bekommst hier komm hoch also die nächste startkommar ist zehn kilometer da in richtung sonnenaufgang lange her dass wir beide die sonne gesehen haben los geht's was dann keine sorge wenn die zeit kommt werde ich da sein auf wiedersehen hektor alcaras alcatraz alcarax alcaras alcar alcar der vor der schon seit jahren vor sich hin und findet nichts überrascht mich nicht was heißt das tja ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben und ich wette dass rave das nicht hat wirklich erstaunlich was man heute alles im internet findet das ist doch nur das dismas kreuz ach ja denn unseres damals war zerbrochen und hohl weißt du noch das ding ist ja noch intakt avery hat mehr als ein kreuz angefertigt was also bei dem in panama gefehlt hat könnte in dem hier noch drin sein mhm na gut wo ist das oh dieses erlesene stück versteigern sie und zwar in drei tagen auf dem rossi anwesen das rossi anwesen oh du kennst es äh ja aber wie kommen wir bitte an eine einladung zu einer exklusiven schwer bewachten schwarzmarkt auktion tja man braucht nicht unbedingt eine einladung ja und mit welchem geld bietest du gegen diese reichen säcke selbst eine zweite hypothek auf mein haus würde nicht reichen tja klar du wirst versuchen es zu stehlen was nein wir mhm also diese folge war voll gespeckt mit videos beziehungsweise mit dem flashback ähm da gab es heute mal keine action weiter irgendwer charlie cutter nein er ist mein Mann für solche Sachen auf keinen Fall ich vertraue charlie und auch sonst keinem aus deinem telefonbuch mein Leben an ok ich brauche dich dafür ja oh Mann Sam es muss eine andere lösung geben nicht in der kurzen zeit und bestimmten schwecken bei dem der 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 Ich weiß, ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Tja. Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Das wollen wir rausfinden. Das ist ja auch ein Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, Spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelernt. Aber nicht uns. Nein. Dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Gürt zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut. Okay. Er kommt ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt kommt schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Und damit beende ich die heutige Folge. Einmal ein Dieb. Kapitel 6. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und...